Willkommen zurück zu einer weiteren Runde League of Legends. Diesmal aber alleine. Ja, ich habe mir einfach so gedacht, ich gehe einfach mal kurz ein Nobel machen, einfach so, weil sonst gerade niemand anwesend ist halt. Und ich bitte diesmal, äh, diesmal, ja, äh, wieder Scientop, weil sie wieder es laufen wird. Was bin ich? 30 Sekunden bis die Unionsfall. Wie viele Battles habe ich gemacht? Boah. Hm, ich weiß nicht, vermutlich muss ich gegen den Zed oder so. Obwohl... Ah, ich lass mich aber überraschen. Ich vermute aber, dass es wirklich Zed ist. Zed würde wirklich noch eher Sinn machen als Nasir. Obwohl könnte es sein, dass die auch Laneswap machen wegen Kogmar. Naja. Wie es läuft. Ja, Zed top. Oh, das wird ja sehr witzig. Hm, hm, hm. Zum Glück habe ich meine Armor per Level Runen. Erstmal schon 50 Armor dann im Late Game haben. Statt mit dem, ich würde ein bisschen halfscalen. Ah, dammit. Ich kann da richtig gut dodgen gerade. Warte. Ah, okay. Mach einfach keinen Hit. Sion. Okay, ich habe jetzt im Zed aber nicht viel gebracht, würde ich jetzt sagen. Noch nicht über 2. Man. Ach, shit, da habe ich jetzt scheiße reagiert. Ihr seid jetzt halt auch... ein nerviger Gegner. Alter, ich reagiere richtig gut gerade. Da kommt der Burst. Ah, dammit. Dammit. Ich kann ihn eigentlich fighten. Wenn ich will. Jawohl, er hat Ignite. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was der macht. Bei Level 4 kann ich ihn, glaube ich, sicher verhalten. Ah, Mann. Ich glaube, das liegt an der Kälte, der sich so scheiße lastet gerade. Naja. Ich verarge mir vorne. Nicht בא�, Schatz. Ich weiß nicht. Chill. Es wird dann v interprete. Man müsste nicht die Kennen Minions die ganze Zeit Okay, Ignite Oh, okay Ja, da gehe ich besser bei Ice Wenn ich Iceborne habe, dann kann ich mir sowieso nichts mehr machen Ich habe das Gefühl, dass der Mumu immer noch hier oben ist Okay, never mind Okay Okay, die Wand und Ressort Ah, dammit Give me an enemy I need a slaughter Use their bones to break my teeth I need a slaughter I need a slaughter Hm. Ah, shot him. Aha. Okay, das war... Lol. Hat er schön gemacht. Hm, hm. Jetzt hat er holt. Jetzt wird's gefährlich. Wird er mich diven? Ich hoffe nicht. Das wird ziemlich uncool. Hm. Hm. Oh Mann, jetzt weiß ich gar nicht mal, ob er geflasht hat vorhin. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich vergesse das Item irgendwie immer. Hm. Ich finde das aber irgendwie nicht so stark. Also als ich das erst mal davon gehört habe... Der Klang ist wirklich... enorm stark. Oh hey. Dude. Ich weiß nicht. 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 Ich habe es noch etwas... Als ein bisschen Risky bevor. Ich mag den Sides 민... Das soll da noch mehr Atk stehst du sein. Was? Der ist schon wieder hier? Oh nice Habe ich schon mal einen Ice-Bomb? Yes! Jetzt kann ich ihn endlich fighten Ich mach das hier Das hier Oh schade, dass die ihn bekommen haben What? Ach komm schon, Seriously? Ich werde euch alle töten Ist ja das überhaupt nicht nervig Man kann ja nur 100 für 150 Armour haben, trotzdem macht er keinen Schaden Wie gesagt, einer meiner haste Einer der Champs, gegen die ich am wenigsten spielen will Einfach, weil es einfach nervig ist Aber praktisch Für mich gefühlt, jeder mit Z einigermaßen umgehen kann Um irgendwie, keine Ahnung, um irgendwie defiled zu sein Warte Oh, ich hab den noch nicht gesehen, wow Eben Eben Die Sache einfach Er macht so viel Schaden einfach Selbst mit 100 Selbst wenn ich 150 Armour habe Das ist aber so lächerlich Aber so eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe Das Schlimmste ist ja sowieso, wenn man ein Midlaner ist und gegen ihn lanen muss Einfach Er setzt einfach alles durch die Minions auf dich Irgendwie, er ist eine Shuri-Cast und die sollen ja angeblich weniger Schaden machen Ja, wie schön Trotzdem Wenn man richtig hart geholt Von dem Jetzt kommt wieder der Classic Z, einfach die ganze Lachen und Spam You can't even scratch me. You're mine. Bist du sad. You're nothing. Victory is soaked in blood. Kann er mich baiten oder wie? Keine Ahnung. Notfalls habe ich immer noch Flash und Old. Auch schon. Run from me. Ich glaube, der will mich zum Diven baiten. Der hat weg gehabt. Aha. Ich wollte es. Flash. Oh. Ich hätte direkt ulten sollen. Dann hätte ich einfach nach hinten gehen können und TP'n. Egal. Sunfire. Und dann hier, Tabi einfach. Jawohl. Ach. Ich habe so viel Schaden mit Armour. Krieg ich auch weniger Schaden von Thunder Lords. Das ist ja eigentlich Magic Damage, oder? Wie viele Battles habe ich gewonnen? Oder? Yep. Nice. Ich sollte wirklich mal meine Ult, meine Ult usen. Ich hasse das lange, vor allem mit der aus solchen Gems, die ich hier seit kurzem spiele. Ich gebe auch viel zu sparsam mit so einer Ult, so wie zum Beispiel mit Fiddle oder so. Und vor allem mit Sine ist es aber schlimm. Und die wohl auch im Late Game einfach so wenig Ruhe dauert. Okay, Seb, verschwende nur deine Zeit auf der Mitte. Und die Zeit auf der Mitte. Was brauchen die da so Hilfe? What? Oh, komm schon. Was? Hä? Die? Was soll das? What? Ich wusste es einfach. Scheiße. Oh, okay. We're beating the war's back. We're beating the war's back. Wenn es zerbaut, dann wirst du... Schau stark! Tränen wir uns! Dein Team hat die Kallister gewonnen. Ich habe gewonnen. Du willst eine Spirit-Visage? Wär auch nice. Ich geh lieber auf den Super-Gehles wegen Amour. Soviel zu... Letzte Season-Dia-Kallister oder was auch immer die war. Hab ich vor... Hab ich vorhin ja in Lord Nexus gesehen. Ah, gut. Erstmal wieder den Zed-Nerv. Wo ist er denn jetzt wieder? Zed. 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 Ah, das Problem ist, ich habe gerade viel Maki, wenn sie das für euch lieben war. Ah, wow, wow, wow. Oh, cool. Ah, ich brauche die Banshees. Ich sollte echt mal meinen Ult, einfach mal zum Engagement nutzen, weil sonst bringe ich ja überhaupt nichts aus, aber einfach ein bisschen rumstehen und Q machen. Hm. Hm. So, er macht sich ja... ja, ich wusste es. Ah, never mind. Oh, der Jinx will ich halt nicht engaggen. King's at me. Fuck. Spiel dich ein Schatten rein, seriously? Oh, oh, oh. Fuck, ja anscheinend auch kein Gegner. A trap for vermin. Where is the thrill of carnage? I will never miss you. I will never miss you. Come, 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 come. Endlich. Endlich hab ich mal was Büsseres gemacht. Oh dammit, 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 dammit. Oh shit. Oh shit. Das ist ja natürlich. Oh, nice. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ah, da laufe ich lieber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Saft. Wow. Okay. Okay. Ich mich auch playen besser. Wieso ist mein Eisbomb wieder nicht aktiv? Galdus. Wir sind mit dem Tod. Okay. 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 Okay, das ist so cool. Das ist wirklich extrem cool. How was that? Der hat immer alles ready, selbst wenn er 10% CDR hat, dann spammt er einfach alles durch und das nervt mich auch extrem, wenn der die Face gegen Sett. Das ist aber so nervig. Oh, come on, bitte, tut ihn. Nice. Jetzt wird es los. Jetzt kommt der noch. Und der noch. Oh Gott, jetzt ist die noch hier. Auf. Was tut er denn? Wenigstens, come on. Ein Hit nur. Nice. Nice. Da haben wir fast die. Jesus. Nur fast. Da haben wir gerade gesehen. Die Omos. Muss ja fast der gewesen sein. Oh Gott. Die Omos. Die Omos. Die Omos. Die Omos. Die Omos. Im Omos. Die Omos exit. Die Omos. oh Oh, nein. Nice, Jinx. Und Jinx ist tot, oder? Schade. Oh, Gott. Oh, nein. Oh, nein. Ich werde wiederholen. oh diese hp ich liebe es wenn ich noch die titanic titanic hydra ab dann meine hände frieren einfach schon wieder auch wie ist jetzt die 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 Was? Sogar ein bisschen mehr... ...dann wo man das nicht aufkommt. Jetzt ist es nicht... ...dann ich auch nicht geschehen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ob sie okay gehen. Oh, komm schon. Okay, okay. Hey, don't mind me, ich finish einfach mal. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, oh. Oh, uncool. Uncool. Das ist richtig cool. Okay. 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 GG. Okay. Oh, nee. Okay. Ja, evtl問. مش, aber es ist einfach eine komische Animation, aber mit dem Tierart er steht einfach doch. G2-Roll-Plates, umschöne mich jetzt erst mal, bis dahin.